Willkommen zurück zu einer neuen Runde Zombie-Modus mit dem gierigsten Jungen in der Town, Dalukat. Ich bin's. Und der schmierigste Junge in der Town, Fischkopf. Do is order. No Bro. Is No Bro. Mr. No Bro. No Bro. Was muss man denn machen, um Bro zu sein? Muss man gierig sein, oder was? Muss es gierig sein? Andere schubsen. Alle Türen aufkaufen mit deinem Geld. Sobald du die Kohle hast. Immer zuerst die anderen an die Random-Druhe lassen. Ja. Okay, ich hab ne Idee. Ich bleib einfach für immer, No Bro. Absichtlich die Wunderwaffen drin lassen, damit die anderen die kriegen können. Die Zockts auch den anderen lassen. Also das war schon richtig so. Auch den musst du mir nicht... So erst so langsam zum Bro hier. Ich hab gar nichts gemacht. Ey, ich krieg keine Kohle. So kann ich auch keine Türen aufmachen, ne? Dann bist du kein echter Bro. Dann bist du kein Bro. Muss ich schon anstrengen. Geh an die anderen Fenster. Nur echte Bros können die Türen aktivieren. Ja, und ihr. Ja, wir können's ja, aber wir wollen nicht. Na, 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 na. Na, na, na. Ich hab keine Kohle. Schau ihn dir an. Er hat sich hier ne Waffe geholt. Leute, wir warten jetzt mal bitte, bis wehle mindestens drei, bevor wir die scheiß doppelten Punkte nehmen. Unglaublich. Zweimal Punkte sollen wir sie nehmen. Nein! Zweimal Punkte. Hier kommen Zombies. Also Fisch hat gesagt, wir sollen jetzt die zweimal Punkte nehmen. Oh Gott. Das war seine Anweisung. Ja, bevor die Zombies kommen, damit wir genug Zeit haben dafür. Ich versteh das nicht. Weißt du, wenn Kreis nicht da ist, hält uns auch keiner zurück. Einfach nicht. Kreis wäre jetzt schon wieder am Heulen. Der würde jetzt schon wieder sagen, oh Mann, seid doch einmal sozial, Mann. Jede und Frieden, so ein Shit. Hier sind ein paar Zombies. Nee, nee. Komm lang zu. Oh, oh. War das ein Nuke? Oh. Ein Bro wäre jetzt schon über 1000 Tacken. Pff. Ihr lasst mir, ihr lasst mir ja keine Zombies über, ihr Arschlöcher. Anti-Bros. Ja, ja, wer ist hier kein echter Bro? Ich übe das noch ein bisschen. Ups, Entschuldigung, Dalukat. Hast du ja hin, den Kehl nicht bekommen. Kein Problem. Dankeschön. Ahaha. Oho, ey. Egal, du kaufst ja eh gleich auf für uns. Deine Mutter kauft auf. Du willst ja ein Bro werden. Kannst ja mal fragen. Ja, du bist gespät hoch, du da, ja? Ob sie mir ein bisschen Geld leiht für die Türen, weil die so teuer sind. Also, wer kauft auf? Ich nicht. Da, Lukat, du? Oh, oh, oh. Das könnte... Ja, ich kauf die erste auf. Okay, ich mach die erste. Moment, ich mach die erste. Du machst Cafeteria. Ist doch kein Problem, Jungs, hier. Schau mal hier. Ist doch kein Problem. Ich bin heute mal so nett. Ich muss aber jetzt in den Afterlife, um den Schlüssel da hier runter zu holen, damit ihr dann könnt ihr netter aufmachen. Äh, ich hab kein Geld. Die Leute sagen mir immer... Oh, Blundergardt. Du bist viel zu nett. Ach komm, er hat jetzt schon die Blunder. Uuuuuh. Da sieht man mal wieder, nur die bösen Jungs werden belohnt. Oh. Weißt du, so wir, die netten Typen, die sagen, hey, lass doch mal die anderen hier lieber. Die kriegen gar nichts. Und Dalugardt, der Gierige, der Gardige, der Gierige, der Gierige, der Gierige, der Gierige alles. No. Was war denn das? Dalugardt. Oh, was denn? Hier ist ein Schwimmer. Bist du down? Nein. Oh, fuck. Wo kommt der denn her? Boah, ich brauch ne Gunwelle 4 und ich hab keine Gun. Äh. Meins. Hold up the random. Oh, ich hab ne Blunder, Fisch. Ich hab auch ne Blunder. What? Ist ja geil. Wir haben beide die Blunder bekommen, weil wir sie gleichzeitig rausgenommen haben. What? Alter, Dalugardt. Übel, oder? Ihr redet Quatsch, ne? Nein, das ist echt so. Lass mich sehen. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Weißt du, wir haben eben gerade beide in die Truhe reingefasst und haben beide die Blunder bekommen. Das. Ah. Ich wollte dir gerade noch ne Dusche verpürennen. Oh, du Brenner. Du warst so schön durch. Oh, boy. Ich hab ein Cheese gesagt, das war nicht mein Haus. Jetzt ist das nicht die braune Gruppe, oder was? Ich hab extra 1000 Tacken für die Falle ausgegeben, um dir denen Spaß zu machen. Das macht's mir wert. Ne, wir sollten den Hund füttern gehen. Ja, langsam sollten wir hier echt was machen. Sachen machen, meinst du? Sachen machen. Oh. Bauen, Zombie verhauen, Frauenfingern. Was? Was? Jetzt scheiße, ich lieg schon wieder. Das kann doch nicht sein. Oh nein, hier kommen so viele. Ich muss jetzt hier durchleiten. Wächter, wenn du nicht, hab echt keine Gun. Ja, ich hab auch keine Gun. Schlüssel ist nicht hier. Alter, ich hab... Ich hab erst recht keine Gun. Warum will der denn mich? Warum will Guido mich? Was hab ich dir denn getan, Guido? Immer das leichte Target. Ich hab seinen Helm unten. Helm down. Fuck, this is one... Keine Waffe, keine Waffe. Lass mich durch. No Guido, no Guido. No Guido, no Guido, no Guido, no Guido, no Guido, no Guido. Oh, Alter, du hast mich gerade getötet. Holy shit. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet mit der Nuke. Ich hab die Nuke eingesammelt. So ein Quatsch, ey, so ein Quatsch. Kommt schon da, Lukat, hol die Tür. Ich hab keinen Cashews und du hast mehr. Ich hab schon eine geholt. Ich hab eine schon geholt. Ria geholt, du Badause. Und mit euch zu spielen, ne? Ist der reine Wahnsinn. Ich hab auch schon hier die Falle aktiviert, um die Zombies aufzuhalten. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Idee von dir. Ja, ich muss ja die Zombies abhalten. What? What? Komm doch mal auf, hier. Okay, ich mach... Nein, doch nicht. War ein Scherz. War ein Scherz. Oh Gott, ich mach's. Aber die nächste macht ihr. Tür Nummer zwei. Tür Nummer zwei. Und hier unten hab ich den Koffer gefunden. Ich mach die beiden Wächterbälle auf. Ich kauf die auf, hier. Weil er wieder drohen will. Er will nur wieder drohen. Ne, weil man sie einfach nicht aufkauft, sondern aufmacht. Ja, das weiß ich auch. Und er will wieder drohen. Deswegen ist er ganz hier vorne. Aber ich hab eine gemeine Idee. Und zwar... Wieso, ist doch wunderbar. Ah, ich dachte, ich würde dich noch kriegen. Besser geht's doch gar nicht. Und jetzt steht ein Feuer. Komm schon, gib mir die Blander. Ganz alleine. Ich bin ganz alleine. Wollen wir punchen gehen? Wahrscheinlich hat der die... Oh, nein. Oh, du Giernappen, ey. Immer das Gleiche mit dir. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Noch ein Zombie in der Nähe? Oh, wir brauchen hier Hilfe. Ne, warte noch. Warte noch. Ne, lass mich sterben. Dann krieg ich wieder Mut. Ich hab noch keine Knarre. Hüb mich auf. Warte mal. Ne, warte mal. Ich komme. Ich hol dich gleich. Keine Panik. Ich hol dich gleich. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ich bin mal kurz auf. Ey, die Pause, die gönne ich dir. Na, du. Na, du. Danke, danke, Fischkopf. Alter, und dann geht er, ich fass es nicht. Hey, Fischkopf, wie naiv bist du denn auch? Du hilfst dem Teufel. Oh, du Penner. Jetzt geht er weg. Ich hab noch Geld, ey. Willst du was haben? Fischkopf, 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 Fischkopf. Mach's, 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 mach's. Oh, nein. Ist auch gut, ey. Mal gucken, was da noch rauskommt. Nein. Oh, du Pener. Ja gut, dass wir jetzt weit kommen, weil ich wieder... Ach. Super. Wie sie sich freuen, ey. Unglaublich, unglaublich. Fisch, ihr MP5 bringt doch nix mehr auf sieben. Oh, vor allem mit fünf Schuss bringt sie ganz viel. Also ich hab eine Galil und einen Totbringer. Na, tags. Find ich gut. Fisch, Fischkopf mal hier oben. Hund füttern. Ihr Schweine. Fischkopf. Schweine. Alt, Fischi, alt. Fischi, hier oben. Komm mal her, Fischi. Ich hab noch fünf Tos, Alter. Was ist mit Russell Crowe? Hier ist Rex Ammo. Ja, aber ich kann es nicht einsammeln. Das sind da Gittern. Ich hab gerade Munition gekauft. Wie, du hast Munition gekauft? Naja. Das kannst du ja mal aufkaufen. Ich kann gerade nicht. Irgendwie. Er macht echt einen Auf-No-Bro dahin. Was für ein No-Bro. Ich will das jetzt auch mal machen, so wie ihr. Immer sagen, ich hab kein Geld, auch wenn ich viel Geld hab. Ist aufgekauft, sehr gerne. Ich war das. Gut gemacht, Dalu-Guard. Ich kündige. Dalu-Guard. Können euren Scheiß hier alleine machen. Ach ja, wir wollen sie irgendwo hier oben hinlocken. Wir sollen ja den Hund füttern. Ja, gute Idee. Ja, keine Munition mehr. Zombies! What? Im Knast. Ey, noch nie gesehen. 100 Folgen und noch nie sowas gesehen. Die Zombies verbrennen sogar bei den Jungen. Was? Unglaublich, oder? Ja, wir brauchen mal Muni, Freunde. Wir brauchen mal einen Dogger, bevor wir wieder alle down sind. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Also, ich hab Munition ohne Ende. Mir geht's richtig gut hier. Ja. Ja, erschieß doch die Zombies. Bitte da ganz hinten. Bitte. Dalu-Schmars. Ja, der war, ähm, der, das Problem ist, der war verseucht und der Hund hätte wir daran verrenkt. Da hätten wir keinen Tommy bekommen. Ach, Fisch, wenn du am Boden liegst, ey. Guck mal hier, so wie ich's mach. Genau so, wie ich's mach. Von mir kannst du ganz viel lernen. Er läuft. Oh, der läuft falsch rum. Scheiße. Nein. Oh. Dieser elende Hund, wie er mich noch geblockt hat. Ich bin falsch rumgelaufen. Oh. Komm, einmal drüber und geht noch. Einmal krieg ich hin. RP Gangster, die ist nicht so cool. Die ist in einer, ah ja. Nimm sie raus, nimm sie raus. Nein. Oh, nimm sie doch. Die ist gar nicht so schlimm. Doch. Nimm sie. Dann können wir noch einmal drohen. Ja, mach du doch. Ey, ey, Satz, ey. Alter. Wieso? Oh, ich konnte nicht noch mal. Der hat schon wieder nicht den Hund gefüttert. Ich weiß nicht. Was denn da hinten? Oh, Munition, Munition. Alter, neue Waffen kaufen ist angesagt. Ja, muss ich mal nehmen. Oh, 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 oh. Ich kann sie nicht holen, ich bin zu angeschlagen. Hab sie. Wui. Wenn ihr da rumeiert, fütter ich hier den Hund. Mach mal. Ich geh mal zum Hund. Ich hab den Hund hier schon fertig gefüttert, ihr könnt zum Neuen gehen. Wo ist denn der nächste Hund, wo wir hinwollen? An den Dogs. Fischkopf, kauft mal bitte die Dogs. Ich hab hier ein paar Zombies am Arsch. Wurz am meisten Geld, Fischkopf. Wat? Will so Bro sein. Wat? Ey. Wollen wir mal die Sherry machen? Nein, wir müssen zu den Dogs. Der ist ja überhaupt nicht gefüttert. Natürlich ist der gefüttert. Geh wir einmal weiter hier. Guckart. Geh noch nie nach oben. Ah, egal. Wir wollen ja runterfahren dann. Ja, okay. Wir fahren runter. Ich kauf den Lift dann auch, Leute. Ich mach den mal an, ja. Ich glaub, der fährt alleine. Mach den mal an. Komm, jetzt wo Fischkopf down ist, können wir in den Lift gehen. Und es gefüttert, los, jetzt schnell hoch. Da liegt er noch. Da ist er wieder. Renn, 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 renn. Schlöcher. Das ist unglaublich. Wie sie mich hier wieder zurücklassen wollten. Da zahle ich doch gerne. Nogga vom Hocker. Ich hab keine Afterlife mehr, Leute. Ich auch nicht. Als ob, Keystraw hat noch. Hey, ich hab keinen. Keystraw kann's nur nicht, ey. Der Klassiker. Ich bin mir dafür zu fein. Ich geh doch nicht in irgendeinen After rein. Oh. Haben wir den Key? Oh nein, wir haben gar nicht den Schlüssel hier, die Idioten. Oh, na, guck doch mal oben. Natürlich hab ich doch geholt. Hab ich doch aufgekauft. Wir haben keinen Schlüssel. Nein, wir haben keinen Schlüssel. Natürlich. Okay, wir haben einen. Das war echt anstrengend. Hat jemand den Nogga angemacht? Könnt ihr schon noggan? Hat jemand den Nogga angemacht? Ich verteidige ihn. Ich hab keinen Aktivieren. Ich kann nicht aktivieren. Weil? Meine Kräfte sind limitiert. Was? Können wir mal... Ah, nein, endlich. Oh, die Bälle ist vorbei. Kaufe die Tür auf. Ich kaufe die Tür auf. Auf die Tür auf. Wenn du den Nogga mal anmachst. Erst kaufe die auf. Die andere auch noch. So, ich hab sie aufgekauft. Sugar McNuggar. Meiner. Ich geh jetzt wieder nach unten zum Hund. Und ihr so? Sollen wir das Schild bauen? Beim Hund. Fischkopf, alt. Alt, Fischi. Alt. Wuuu. So, ich hab mir mal was mitgebracht. Lass dir bitte zum Hund kommen, Fischkopf. Du schießt ja immer gerne früher drauf. Ach so, ein Quatsch. Das doch gerade frühschieß-McNogga sind. Oh, oh. Hier sind Zombie gerettet. Kies, ey, unglaub. Oh, oh. Schnausendogga. Von mir ist ja auch so mittel, ne? Oh, oh. Wir sollten das Teil direkt hier mitnehmen. Oh, oh, shit. Wir wollen ja fliegen, oder? Ja. Ich glaub, wir wollen eine Map. Oh. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Ah, da kennen sie sich nicht aus auf der Map. Die Schnausendogga. Aber nimm sie raus diesmal. Jetzt geht doch ruhen und nimm sie. Nimm sie? Nimm die Gun, nimm die Gun, nimm die Gun. Ah, Mann. Gali. Krieg ich eigentlich Kohle für die Headshots? Nee, ne? Oh, wächter Well. Wächter Well? Wächter Well. Hier ist er bei mir. Gido Well. Oh. Doch, es ging schnell. Weil du wieder die... Oh, doch nicht. Die OP war... Ich rette euch, Jungs. Kein Problem. Kein Problem, Jungs. Ey, hab ich gerne gemacht mit den Jungs. So nett von dir. Wollen wir das Teil holen? Wollen wir das Teil hier? Lassen wir das Teil holen. Wir brauchen nur noch den Raum hier unten für 1500. Ey, Gies. Wam schon. Gies zum Schnausendogger. Da ist ein Bart. Der muss Aufwand. Nee, warte, Zombies. Ich bin doch schon drin hier unten. Wo denn? Ja, hier unten. In dem Raum für 1500. In dem Raum für 1500. Da ist einer jetzt im Afterlife nochmal, Ryan. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Da ist ein Bart. Nein. Kann man die nicht schießen. Der böse Bart. Oh, Zentimeter. Zentimeter. Ah, ich hab's extra noch aufgelassen. Ey, so ein Hund. Ich wette, er nimmt keiner raus. Er nimmt keiner raus. Meine Nummer. Na toll. Ich redde euch. Oh, danke sehr. Kein Ding, kein Ding. War eine super knappe Geschichte. Oh, lass Fischi doch auch mal truen. Ja, lass Fischi doch auch mal truen. Oh, ey. Zu spät. Fischi.